so hallo liebe leute willkommen zurück und auf ein neues starten wir in die geschichte von obo fürst obo in mountainblade 2 banner lord hier bei oktatv mit jojo am start und tauchen gleich ein wir haben viele entscheidungen zu treffen den augen dem weg zum clan der sich rang 3 schimpft und etabliert ist soweit ist noch ein weiter weg wir haben eine gute bilanz unser trug kost 1200 aber wir nehmen mit unseren werkstätten wir haben gerade eine neue gekauft aber wir nehmen mit unseren werkstätten jetzt hoffentlich das eine jetzt auch mal aus ob unsere wohlweberei was bringt wo sie verdient geld ist das nicht praktisch anfangskapital war sehr gering aktuelles kapital ist so ein bisschen höher das ist gut die verdient geld und hier ähnlich das war die richtige entscheidung hier um zu switchen jeweils also hier können wir uns eigentlich darum kümmern dass die ein bisschen ruhe haben vor flühen daran nicht überfallen werden das fördert die wirtschaft sicherlich auch es ist mir gleich alt der stresst auch noch der wichser tschuldigung für solche worte nehme ich nicht in den mund der hat halt echt stress gemacht mit 20 mann wahnsinn aber so sind sie manchmal die plünderer die assis familienfäde halt mich raus aus sowas ich kaufe lieber datteln bei dir ach das sind ja datteln die olivenpresse ist ja gar nicht naja aber in der nde gibt es bestimmt auch oliven kann ja keiner erzählen hier kommt ja jede karavane vorbei die das land verlässt oder den süden verlässt das tun wir jetzt nämlich auch wieder weil ich weiß nicht max hier nicht so gern wenn wir jetzt was machen dann rekrutieren wir noch weiter truppen und bringen unsere truppen auf max sozusagen auf maximale ausgabe level damit es auch rentiert ist auch wahrscheinlich schon fast so wir haben echt viele hochrangige sachen und kaum noch kleine footsis wir haben eher elite truppen in der gnostika schauen wir mal ob wir irgendwas handeln können können auch wenn wir mal wieder unseren die kettenhaube gut auch die hatte ich auch die könnte man ja eigentlich man fuze geben dann spart er 0,3 kilo das ist völlig in ordnung und sie 3,2 kilo mehr ja komm du kriegst den federhelm dann können wir nämlich den rest hier an ausrüstung verkaufen ja meine frau ich meine man sieht der gesicht gerade nicht aber wild sieht sie aus mit dem bräunlich blöndlichen haar aber so sieht sie schon hübsche augen als irgendwie schon obo und berliner ein schönes paar und wir haben uns dach verkauft wenn wir hier noch was ja wieder und waffen wollen wir lieber zerlegen können aber gar nicht weil wir haben keine ausdauer gut das überschmied will dass wir seine karawane diskutieren auch darauf haben wir keine lust verstecke das wohl dieses bereich ist interessiert mich gerade wenig jetzt fangen die weg jetzt kaufe ich in der werkstatt ist einfach krieg schauen was da passiert wer denn da angreift wer attackiert die kusaid haben sich im norden haben die sich eigentlich auch wieder zurück geholt was ihres war schon spannend wir wollten in den norden oben raus zu finden wo wir gute infanterie truppen bekommen wir schauen mal vorher machen den abstecher nach onira die festung noch im wald die bande brauche gut das ist doch trifft sich doch ich werde die rekruten finden und zwar 13 stück wenn du willst wir müssen nur 11 kannst du haben weiter geht's auf der reise ja vielleicht machen wir dann doch mal einen stopp bevor wir in den hohen norden gehen wir haben nämlich keine quest handel gibt es hier irgendwelche guten deals keramik nehmen wir mit keramik nehmen wir mit dann aus die kaffee 249 verkaufen dann aus die kaffee in der nähe dann aus der größte gehen wir mal nach dann aus die kaffee eigentlich wollte ich ja weg aus dem süden unsere infanterie muss noch ein bisschen warten wir 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 was tun wir wir handeln in den aus die keramik und das läder zwei punkte im handel wir haben leider kein skill punkt wir schauen ob wir einen anderen skill punkt haben irgendwas anderes ist nichts im trupp können wir ein level up vergeben und weiter ziehen mit 98 kampfbereiten truppen also weiter richtung norden noch mal kurz schauen ob es dann aussieht wenn da alles so teuer ist warum ist alles so teuer trauben käse käse fällig ist so viel fällig ist so viel fällig ist so viel fällig ist so viel salz nehmen wir mit ne das machen wir nicht so viel 20 salz vielleicht da unten gibt es ja auch noch mehr salz Ich kaufe ein bisschen was in der Stadt und dann was kommt man da, ich habe ehrlich erlangt, schön. Kaufen, Salz und dann gehen wir in den Norden, da können wir auch noch mal Salz kaufen. Ich glaube nämlich im Norden gibt es kein Salz. Aus den Salinen holen wir Salz. Und dann schauen wir mal was wir damit verdienen. Ein größeres Investment. Wir bewegen uns nach Humor. Es ist Herbst, 87. Ein schöner Abend, Nacht, Morgen, Morgen. Immer noch schöner Morgen. Jetzt ein schöner Tag. Dann wird es schon wieder ein schöner Abend und bald wieder Nacht. So, wir sind heute auf dem Weg. Baumwolle, das ist ja eigentlich auch gut. Das bestimmt im O-Seide. Sagen wir mal 400. Weiter, weiter. Man weiß ja nie. Die Werkstätteinnahmen. Langsam. Geht was? Wie viele können wir haben? Wie viele Werkstätten? Drei. Aber das sieht doch nett aus. Das mag ich gern. Als freier Händler ohne Stress durch die Lande ziehen. Ist eigentlich schon recht gemütlich, aber wenig aufregend. Klar, es ist ein langer Weg. Und von heute auf morgen wird man kein Anführer und kein richtiger Panalord. Da muss ich sein Respekt erst verdienen. Ey, warum kämpft ihr dann? Ich meine, ich hätte euch eh besiegen wollen. Aber so ist dem. Schauen wir mal, was in Oma passiert. Oma müsste eigentlich sogar schon die Einheiten geben, die ich möchte. Ja, sind was keine da. Die will eine Falle für die Reichen. Da habe ich aber keine Lust drauf. Schon wieder Plünderer. Dass wir weniger Malus im Wald haben, ist einfach nur gut. Auf normaler Ebene kriege ich die nie. Aber in Ferg können wir... Ne, die wollen wir nicht. Das sind die Falschen. Genau die Falschen. Wir wollen Sturganische Kriege. So, dass wir nehmen eigentlich maximal Rekruten. Aber... Wir warten mal noch. Wir laufen mal weiter in den Norden. Und schauen mal, ob es da bessere Sachen zu rekrutieren gibt. Wobei die hier anfangen. Es sieht aus, als würden die hier rekrutieren. Saffner... Ja gut, dann nehmen wir jetzt halt mal... Fünf solche Sturganischen Rekruten. Gehen mal da hin. Eine Falle für die Reichen. Ich habe das noch rein... Es gab kein Patch. Also wirklich, dass ich das nicht kenne. Wir machen aber was anderes noch. Wir... Lösen das in Erfahrung ein. Und gucken mal, ob unsere... Ja gut, das hat die aufgerüstet. Gucken mal, noch unseren Truppen sonst noch so. Wir haben nämlich... Was haben wir denn hier? Zwei Blinderer, die wollen wir nicht. Fünf beredene Verwüsterer, die wollen wir nicht. Die Kusaid Räuber sind die richtigen. Die müssen wir nur verbessern. Ja... Ja, das ist für mich in Ordnung. Dann können wir nämlich auch noch Truppen rekrutieren. Handeln können wir auch noch. Und zwar können wir gucken... Salz. Schauen wir doch mal, was Salz hier wert ist. Einiges. Ein Fähigkeitspunkt im Handel. Haben wir das andere? Was habe ich noch mitgenommen hier? Großseite? Hey. Hat auch funktioniert. Erzählt einen super Preis. Gut. Weiter darf es gehen. Gehen wir mal nach Tarkor. In Tarkor rekrutieren wir einen Rekruten. Die können ein bisschen was erzählen, wenn die aus verschiedenen Ecken kommen. Haben die was zu quatschen. Nach dem Motto, wo komm ich her? Wo kommst du her? Was machst du? Was mache ich? Was ist dein Traum? Was ist mein Traum? Und dann sind die noch ein eingeschweißteres Team. Wir haben ein bisschen Holz gekauft. Weil wir in Sibir kurz mal rasten und gucken, was der Marktplatz hergibt. Vielleicht auch die Schmiede. Die Schmiede können wir noch nicht. Dann müssen wir erst rasten. Deshalb... Ich weiß nicht, warum ich immer hier her schaue. Ich würde immer Ausrüstung verkaufen, aber wir wollen ja Salz verkaufen. Das erzielt so immer noch gute Preise. 35 Handelspunkte. Dann gehen wir gleich weiter nach Wanova-Pol. Durch der Wald. In Wanova-Pol. Karawanenüberfall finde ich gut. Das machen wir für die. Ähm... Aber erst warten wir ein bisschen. Handeln. Salz. Oh, Sattelpferde. Hm. Ja, gut. Ähm... Wir wollen ja eigentlich Salz. Oh, hier erzielt Salz einen sehr guten Preis. 36 Handel. Die ist gut. So. Du wirst uns mit der Karawane beschützen. Ja. Ich helfe euch selbst. Da kommen wir uns glaube ich 50, 60 Mal ab. Ja. Hier hilft der Karawane. Und seine Truppen. Ich habe überlegen wir das spielen, aber... Das sind so Blinderer. Ja. Von daher. Machen wir das nicht. Einer ist gestorben. So wie ich das gesehen habe. Ja, zwei sogar. Wir gehen weiter. Nach Glavstrom. Hier gibt es Fälle, die kann man mitnehmen. Fälle. Zwei Stück. Truppen rekrutieren. Ein Rekrut. Und weiter geht's. Arlov und Ulrich Salah gehören den Kusaed. Spannend. Verlina. Ich habe ein Kind. Oh meine Frau, mein Schatz hat ein Kind geboren am 14. Herbst. 10. 87. Es ist ein Herbst, Kind. Schön. Ich habe einen Erben, hoffe ich. Also eine Erbin, einen Erben. Ich glaube es gibt ja hier Gleichberechtigung. Aber nicht so richtig. Bin mir da auch nicht so sicher. Wie gesagt, das ist ein bisschen komisch. Manövrierfähigkeit. Flinkes Ross für dich. Genau. Ich könnte dich auch wirklich mal vom Pferd runtersetzen. Ja, gut. Dann gehen wir mal zum Tavernenbezirk. Da gibt es wieder niemanden. Aber wir besuchen mal die Taverne. Fragen mal, ob es jemanden gibt, der Karawanen finanzieren kann. Hä? Wo ist hier der Herd? Da. Das ist der Schmied. Da werden wir es da hin. Ach Gott. Organ, der Lumpter. Tantritt, Fazt sog. Warnova. Warnovaたい. na gut wir gehen unser salz verkaufen und dann gehen wir nach vanover pool man ist halt hier schon sehr langsam wald schnee gefangene die müsste ich eigentlich doch mal vertreten jetzt ich werde eigentlich immer darauf dass ich die verkaufen kann aber ich glaube in sieben war es ist schon herbst es wird schon kälter der will dass ich glücksspiel macht da bin ich nicht gut drin das glücksspiel ist es eher so schach mäßig aber schach kann ich eigentlich andere brauchen ja ja ich will durch die guten er fühlst du bestimmt auch rekrutieren und hier ja ich habe euch mitgebracht gut dann können wir noch mal hier ist verkaufen das ist auch wichtig und dann gehen wir nach vanover pult suchen diesen futzi in der taverne ein neuer gefährte das ist unser ziel und schon seit einer längeren zeit jetzt schauen wir doch mal 100 fahrs der ist ein plan dann ja du wut der zelunte weiß ich was er ist aber egal erzähl mir von dir ich habe noch kein mein beileid für deinen verlust du gucken wir dich mal an was du kannst und bist vor allem händlerisch begabt athletisch weit kunst doch du warst mal recht gute war der gute wahrenhandel möchte dass ich eine karawane und zwar mit hand wird fast hatte so ich würde auch mal sagen schön war es wieder wir haben jetzt noch eine karawane mehr wir haben echt eine verdammt gute bilanz 1300 ist jetzt echt nicht schlecht auf dem weg zum reichtum sind wir scheinbar auch zum frühen unsere frau ein kind bekommen was eigentlich echt schön ist weil das heißt in der clan hat ein mitglied mehr hier frisch geboren direkt grausam aber und abgebrüht ja die gute olguna meine tochter hat wohl was von ihrer mama geerbt vielleicht erbt ja der sohn dann was von dem papa ob das so ist werden wir hoffentlich noch sehen werden wir hoffentlich erleben denn wie gesagt iron man modus hier bei octa tv mit jojo heißt auch jederzeit kann es vorbei sein ich werde es wahrscheinlich wir werden es wahrscheinlich nicht anteasern wenn es denn soweit ist soll es so sein deswegen bleibt up to date und lasst euch nicht abhängen auf und bei der geschichte von obo und dem weg zum banner lord im hardcore modus ich wünsche euch was mir hat spaß gemacht bis dahin und vergesst nicht zu liken und zu abonnieren sie und bis dann wir können jetzt schon mal vielleichtkommen so schon going gut unseren 哈哈 ja Untertitelung des ZDF, 2020